Darf ich reinkommen? Ja. 3, 4, 5, 6, 7. Was gibt's? Nichts. Wollte dir nur gute Nacht sagen. 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Wieso denn das? 3, 4, 5, 6, 7. Du warst vorhin irgendwie so gestresst und da hab ich mir Sorgen gemacht. Oh, danke. Du bist ein guter Bruder. 3, 4, 5, 6, 7. Machst du das jeden Abend? Machst du Witze? Nach jeder Mahlzeit. 5, 6, 7. Du quälst dich ja wirklich, hm? Der Preis gesunden Zahnfleisch ist ständige Kontrolle. Oh Gott, ich halt das nicht mehr aus. Was? Ich muss dir was Wichtiges sagen. Okay. Gehen wir ins Schlafzimmer. Schön. Was soll denn das? Du wirst es gleich verstehen. Du wolltest mir doch was sagen. Ja, genau. Es gibt keinen bösen Alan. Ich hab nämlich die Knetmasse gestohlen und die heimlich in die Hosentasche gesteckt. 3, 4, 5, 6, 7. Mach nur, sollst du sein? Komm raus und stirb wie ein Mann. Nicht zu fassen. Es gibt doch einen bösen Alan. Hey Dad, hast du eigentlich wegen dem Ladendiebstahl...